Das war's für heute. Und jetzt möchte ich gerne natürlich den zweiten Teil mit euch zusammen, ja, durchzogen. Und ja, mal gucken, ob irgendwelche Ereignisse noch mit aus der ersten Staffel mit hineinspielen werden. Wäre natürlich schön. So, abgeschlossen, abgeschlossen, ja, okay. Gut. Wir konnten quasi da ansetzen jetzt, wo ich meine letzten Ereignisse hatte. Es ist wie der Welt funktioniert jetzt. Lee, sind diese schlechte Leute totale? Ich hoffe, dass du, was du mit ihr machst. Ich habe es geschafft. Molly sagt, Crawford ist das einzige Ort, in Savannah, die immer noch hat Leute. Das bedeutet, dass es wo meine Mutter und Vater sind. Okay. Okay, du kannst kommen, aber du musst, dass du ruhig bleiben kannst. Clementine! Clementine! Ich weiß, wie ein Vater, wie ein Vater. Sie werden nicht verabschiedet, was sie mit dir ist. Lee, ich sehe meine Eltern. Ich weiß, wie ein Vater, wie ein Vater. Ja, gab es einen kleinen Flashback, was alles noch in der ersten Staffel passiert ist. Und ich habe natürlich Clementine so entscheiden lassen, dass sie Lee von seinen Quallen erlöst hat, bevor er zu einem Streuner geworden ist. Episode 1 Alles, was übrig ist Was? Was? Omid, du kannst nicht so ernst sein. Ich bin. Wir sind nicht so. Warum nicht? Weil. Komm, Krista. Was ist mit Omid? Wir sind nicht unser Baby Omid. Ein von euch ist genug. Clementine, ein bisschen Hilfe hier. Omid II. Nein. Omid Junior. Nein. Du musst es sagen, es hat einen Ring. Du, zwei, sollten Sie entscheiden. Ich bin. Du kannst die Wahl von mir im Bild. Ja? Na, meine Wahl gilt für zwei. Das ist nicht fair. Siehst du schnell ins Arbeit? Nein. Dann nicht mit mir reden, über fair. Du bist nicht so ernsthaft. Ich nehme alles ernsthaft. Especially Little Omid für die Zukunft. Immer sprechen, und du schlägst heute Nacht. Erinnerst du den Zeitpunkt in Barstow? Vagas. Warum nicht du, äh, 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 in der Mädchen, Klim? Ich hoffe, die Sink funktioniert da. Ich würde es nicht sagen. Echt einfach, und sicher, dass du dich aufhörst. Wir werden gleich neben der Tür. Okay. Hallo? Hallo? Oh, gross. Na ja, nun mal kein Fünf-Sterne-Hotel. Ja. Gut, niemand ist hier. Ich glaube, es ist sicher, dass du dich aufhörst. Ja, Clem-Time ist natürlich ein bisschen älter geworden. Ja. Bitte, bitte, eine Wasser. Fiegel. Ich glaube, hier in der Mitte ist das. Nein, doch nicht. Ich glaube, war das jetzt die äußere Toilette? Ja. Ich glaube, hier in der Mitte ist das. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Geh weg von da. Du bist mir nicht schuldig. Das ist meine Hand. Es ist meine jetzt. Geh es zurück. Geh weg. Warum sollte ich? Geh raus hier. Geh raus. 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 Nein! Wo hast du es? Ich fragte dich eine Frage. Mein Vater hat es mir gegeben. Es ist mir gegeben. Junk, Junk, Junk. Look at all this Junk. Shit, Shit, und mehr Shit. Warum hast du nichts gut gemacht? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry little fish? This your daddy? What a bozo. The first time I got to go out. The only one that's gonna go out of the corner. The second time I got to go out of the corner. 아니, the other thing is that he knows. It's a very good thing. I got to go out of the corner. You know what? You're running around here. Ich wollte nicht sagen, ich wollte nicht sagen... Ich wollte nicht sagen... Omi... Omi, Omi... Omi, kannst du mich hören? Omi... Ja, die erste Staffel endete mit einer Tragödie und die zweite fängt damit an. Hm... Der Kater springt hier rum. Hm... Ich wollte das nicht machen, Clementine. Insofern... Wir brauchen einen Gruppe. Menschen, die wir uns zu vertrauen. Wir haben uns selbst zu lange. Vertrauen? Du denkst, du kannst jemanden von hier zu vertrauen? Nicht jetzt. Nicht mehr. Ich stehe. Du denkst, das ist schlecht? Warte, bis wir nach Wellington kommen. Dann sprechen wir mit mir über Kohl. Wenn wir es machen. Wir haben noch ein paar schweren Monate vor uns. Diese Räume wird sich um Sleet. Dann Ice. Dann Snow. Nein. Es wird nicht einfach. Können wir es so weit entfernen? Vielleicht. Ich weiß nicht. Wir müssen nur nach vorne gehen. Wir sind sicher, dass wir hier nicht bleiben können. Wir sind hier. Ich wünsche, Omid war hier. Ich werde nach unten suchen. Wir sind hier. Ihr könnt einfach nur noch ein Lechem, Du bist ein Lechem. Ach so, als Lechem. Okay. Vielen Dank. Ja, sonst gibt es jetzt hier nichts Relevantes, was wir machen könnten. Und wir sollen uns hier um das Feuer kümmern, ne? Das sieht aus, als hätten die da entweder eine Katze oder einen Hund drauf aufgespießt. Aber es soll wahrscheinlich ein Kaninchen sein. Nee, das brennt nicht wirklich. Das wird nicht brennen. Es ist zu weh. Das ist es 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 zu weh. Oh, sie hat ihn voll den Daumen abgebissen. Mal ziemlich übel oder angebissen, je nachdem wie man es nimmt. Jesus, are you fucking kidding me? Das ist es zu weh. 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 Das war immer besser als in Teil 1. Ja, hello. Und immer wieder finden die Katzen irgendwas zum Spielen. Krista, bist du da? Krista, bist du da? Ja, eine kleine Warnung vor Willens hier. Krista, bist du da? Der zweite Teil, der spielt auch mehr so schon zum Einbruch der Winterzeit, stellt sich natürlich die Frage, wie die sonst den Winter verbracht haben, denn ich glaube, Clementine ist, glaube ich, in dem Teil, glaube ich, 13 oder 14. Und stellt sich natürlich die Frage, wie die sonst immer versucht haben zu überleben. Sie, Krista und Omid. Okay. 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 Oh, ein Hund. Okay. 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 Hey, what'd you find, boy? Where are you going? Wait up! Hello? Looks pretty run over, but you never know. Let's look around for some food. Looks like they were a happy family once. I hope they left some food behind somewhere. Hmm, nothing edible. Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe we better not wait around to find out. Hey, wanna play? Wanna play catch? Okay, bring it back. Good boy, good boy. I'll do that again. Let's see if he reacts again. Want to go again? I bet you miss this. I sure do. It's not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart. Hey boy, what's the matter? Shhh, we have to be quiet. Na ja, andere Menschen kannst du das vielleicht beibringen, ruhig zu sein, wegen den Streunern, aber... Aber ein Hund? Wir sind smart und er ist nicht. Wir sind smarter als alle von ihnen. Das sieht aus wie es tut. Hey, es ist okay, Junge. Shhh, er kann uns nicht schütten. Ich glaube, er hat sich gehalten. Oder hat jemand ihn versucht zu machen? Steig zurück, okay? Da müssen wir noch mal einen nachsetzen, glaube ich. Ich bin nicht schütten. Ich bin nicht schütten. aus ihrer Begründung. Es ist noch ziemlich stark. Zumindest haben wir etwas Wichtiges gefunden. Wir werden nicht noch eine Nacht ohne Essen gehen, ok? Ich geh mal davon aus, da war was drin, was ordentlich vergammelt ist. Also, hier geht's. Oh mein Gott, danke. Schau, eine Pferde! Mal sehen, was drin ist. Mal sehen, was drin ist. Bitte nicht so schlecht. Mal sehen, was drin ist. Dank Gott. Achse, ich bin ganz alt. Achse, ich glaube, du bist ziemlichchaig. Hier geht's. Hey, you don't need it all. Ay, ay, ay. Ah. Oh. Boah, ich hasse sowas. Ich hasse echt sowas. Oh. Ich erlöse ihn von seinen Leiden. Ich erlöse. Sorry. Da dachte man, man hat vielleicht einen neuen Gefährten gefunden und der greift einen an. Ay, das sieht mehr als fies aus. Ich erlöse. Ich erlöse. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I'm out. Grab her. Let's go. Come on, kid. We gotta get... I think... I think we're safe. Yeah. Yeah, we're good. Hey, you all right? I can walk. Oh, was that so? Hey, we're good. Hmm. These folks mentioned what you're after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Damn. That is a low. Oh. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody? Hmm. Well, well, I'm Luke. This is Pete. Hey there. Hi. I'm Clementine. It's nice to meet you. It's nice to meet you, Clementine. But for now, we're gonna take you back to our group. Okay? We got a doctor with us, and you look like you could use some... Oh, shit! What? What is it? She's... She's been bit, man. Fuck. Fuck, fuck, fuck. What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. No, it really was a dog. Please, believe me. Look, I want to, kid. But I gotta believe my own two eyes first, and I didn't see no dog around. No, it was from before. Hmm. All right. Let's see it. Whoa, whoa, whoa. Hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? See? Is it, uh... Is it like she says? Hmm. Well, it could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? The one that did this? What... What does that matter, Pete? Seriously. I... I killed it. What? Really? A dog shows up, invites you, and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't... You don't kill dogs. Clementine? Yes? You telling us the truth? You look me in the eyes when you answer. Yes. Hmm. All right, Clementine. That's good enough for me. What else was she gonna say? I've got a good bullshit, Detector Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at... All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened... You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Come on. Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just... Tired. Well, you better be fine. Because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... Oh, shit. Ja, ja. Macht euch keine Sorgen. Und da gehen die Lichter aus. What? Ich brauche ein Doktor... Bleib deine Finger aus dem Trigger, Junge! Woah! Woah! Was für die? Ihr Idiot! Every Lurker für 5 Meilen wahrscheinlich hat das. Du bist derjenige, mich zu schrauben sie. Alle, einfach calm dich für einen Moment. Clementine, du bist okay? Ich brauche einfach ein Doktor. Und dann... und dann gehe ich. Ich brauche mein Arm zu infekten. None von uns wollen ihn infekten. Das ist der Punkt. Wir haben ein Doktor hier, okay? Er hat einen Blick. Jetzt weiß ich was mit euch Leute, okay? Sie hat nur Angst. Wir alle Angst, Luke. Keine Angst, wir sind die Irrationalen, weil wir diese Geschichte nicht verdient haben. Keine Ahnung, sie hat hier auf seine eigene. Warum haben wir sogar über das? Lass mich mal schauen. Es ist okay. Er ist ein Doktor. Es oportunst du. Er ist ein Doktor. Es hat dich gut gemacht. Men... Das ist nicht so wie wir machen können, Mann. Wenn du schaffst, dann gehst du schaffst. Ende des Shitけesisses. Ich werde das wiederholen. Wir können das wiederholfen. Kein einer zu sagen. Wir können sie wegnehmen. Ich weiß, dass das für eine Freundin in Ainsworth funktioniert. Wir können das versuchen. Es wird nicht gut machen. Du wirst es nur für die Mädchen machen. Es ist verrückt. Kein einer will das so machen. Du bist ein Doktor, richtig? Du solltest nicht helfen, die Menschen, die verletzt sind? Ich versuche dir, es war nur ein Pferd. Das war es alles. Wir wissen schnell genug, junge Frau. Wer ist sie? Sarah, was ich sage? Bleib in der Mitte. Ich will keine Probleme sein. Ich will nur die Blüten und dann gehen. Du wirst mich nie wiedersehen. Ich versuche. Und wo genau du gehst? Ich kann sich selbst ausführen. Klar. Ich verstehe, dass du Angst hast. Und ich fühle mich sehr schrecklich auf die Behandlung. Wir müssen uns sicher sein. Ich verstehe. Also, was du denkst? Es war ein Blüten? Ein Blüten wie das? Es könnte sein, was alles. Es ist nur ein Weg, um herauszufinden. Wie? Wir warten. Wir warten. Was? Ja, morgen früh. Sehr nett. Sehr nett. Sehr nett. Ja, morgen früh. Sehr nett. Sehr nett. Das ist nur ein Verwaltungszeit. Du wirst sehen. Und wenn sie umdrehen, ich nicht werde. Ich werde die Behandlung nicht verraten. Du wirst sehen. Das war ein Blüten. Du wirst sehen. Das war ein Blüten. Du wirst sehen. Du wirst sehen. Das war ein Blüten. Du wirst sehen. Ich glaube, dass wir es in der Morgen finden können. Wenn ich so lange dauere, sch away, warum machen wir das? Sie ist auf jeden Fall sehr optimistisch, unsere Clementine. Ja, gut, hier beende ich jetzt erstmal die erste Aufnahme von der zweiten Staffel, der ersten Episode. Ich würde mich freuen, wenn ihr das kommentiert, liked und wenn ihr mögt, meinen Channel abonniert. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung weiterhin auf meinem Channel. Bis zum nächsten Mal, euer John Hunter. Bis zum nächsten Mal.